So, willkommen zu einer neuen Episode der Fortnite Daily News. Lange nicht mehr gebracht, denn es gibt nicht wirklich was zu berichten. Ich bringe dir jetzt nur noch, wenn wirklich was da ist und ja, nicht so irgendwelche Spekulationen oder irgendwelche Theorien. Heute geht es aber um zwei interessante Sachen und zwar habt ihr bestimmt mitbekommen, gibt es zum einen diese Minty-Codes, das heißt also für diese neue Spitzhacke extra für Halloween angefertigt, die eigentlich ja im Ursprung eine Pickaxe war für Weihnachten, die letztes Jahr oder vorletztes Jahr sogar rausgekommen ist und da gibt es ein paar News zu und natürlich gibt es noch ein paar News zu etwas Neuem, was kommen wird und zwar in den nächsten 24 Stunden und dazu jetzt mehr. So, wir fangen mal mit einer anderen Sache und zwar mit dem Magma-Rap. Hier mal ein Bild von Lucas7Yoshi, was er bereitgestellt hat, übrigens allerdings zu den ganzen Leakern, zu den ganzen Twitter-Profilen unten in der Videobeschreibung. Und Magma und ich glaube der Slurp-Rap, die sehen nicht mehr so aus, wie die in der vergangenen Season aussahen und Epic weiß das auch und die arbeiten dran, denn das sieht absolut weird aus, wie das jetzt aussieht. Nicht nur bei den Boots, sondern generell auch bei anderen Sachen. Das wird auf jeden Fall bearbeitet und wird verändert, sodass es wieder so aussieht, wie in den vorherigen Seasons. Also macht euch keine Sorgen, ich bin zum Beispiel jemand, der beide Raps hat und beide sehen einfach nicht mehr so aus wie vorher und das stört schon etwas, muss ich ganz klar sagen. Also falls ihr euch gewundert habt, hier die Antwort wird auf jeden Fall gepatcht. So, Hypex bringt uns jetzt mal ein paar nötige Infos, beziehungsweise ich hau auch mal einen Link unten rein in die Videobeschreibung, und zwar relativ weit oben, wo ihr Codes testen könnt. Wir kommen jetzt mal dazu. Also, das hier ist die Minty-Spitzhacke, die aktuell so im Internet kursiert als Code, was allerdings im Spiel noch nicht auftaucht, sondern es kommt nur die Meldung, dass was eingelöst wurde, aber ihr wisst nicht was. Denn aktuell ist das noch gar nicht im Spiel überhaupt drin. Deswegen kann man die auch noch nicht bekommen. Das soll wohl ausgeliefert werden, beziehungsweise rausgegeben werden mit diesen V-Bucks-Karten, die jetzt verkauft werden, passen zu Weihnachten, zumindest in den USA. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland, beziehungsweise in Europa generell ist. Auf jeden Fall werden diese Karten verkauft bei GameStops beispielsweise, wo ihr dann 1000, 2000, was auch immer V-Bucks kaufen könnt. Natürlich eine perfekte Weihnachtssituation. Ich weiß nicht, wie viel Millionen Epic damit scheffeln wird. Auf jeden Fall sind die Codes wohl mit dabei, beziehungsweise werden rausgegeben und sind im Grunde for free. Deswegen lasst euch nicht über den Tisch ziehen und lasst euch nicht, ich sag mal, abzocken im Internet. Zum einen, was Geld angeht und zum anderen, was Codes angeht. Wir kommen nämlich jetzt mal zu den Codes. Also das sind zum Beispiel Codes, die nicht richtig sind. Das heißt, wenn ihr irgendwas von diesen Codes hier sehen solltet im Internet oder irgendwas sollte euch angeboten werden für ich weiß nicht wie viel Geld oder auch meinetwegen umsonst, nutzt diese Codes nicht, denn die sind nicht richtig. Es gab ein paar Codes, die im Umlauf sind, die wir sogar auch bei mir im Stream irgendwie mitbekommen haben, die aber für, ich glaube, alte In-Game-Sachen waren für Paladins. Das Spiel ist ja eingestellt worden, aber dafür war das wohl da. Deswegen stand da auch, okay, du kannst es bei Epic einlösen, du hast was dafür bekommen, du wusstest nur nicht was. Anders bei dem Minty-Code, das ist natürlich dann perfekt für Fortnite und du siehst es auch in Fortnite, sobald es dann rauskommen wird. Also diese Codes sind nicht richtig. Jetzt habe ich aber nochmal einen Link für euch, beziehungsweise Hypex hat was Gutes entdeckt, wo ihr das testen könnt, ob und was es überhaupt ist. Also wenn ihr diesen Link hier eingibt, der hier oben steht, also macht euch ein Screenshot, ich werde unten nochmal reinschreiben, bei mir unten rein, und einfach nur hintendran nach dem Gleichzeichen den Code eingibt, den ihr bekommen habt, ohne Trennstrich, ohne irgendwas und einfach aneinander den Code packt, dann seht ihr unten, was es tatsächlich ist. Also der wird nicht eingelöst oder so, also habt keine Angst, sondern der wird einfach nur beschrieben, was es ist und ob das überhaupt Supporter wird. Ihr seht schon hier die Titelbeschreibung und so weiter und so fort, was es ist. Und wenn es halt ein richtiger Minty-Code ist, dann steht da auch Minty, so wie das ihr unten im Beispiel sehen könnt. Also da auf jeden Fall nochmal die Option für euch generell, auch Codes zu testen, falls ihr mal irgendwie in irgendeiner Weise einen Code bekommen solltet, der euch da irgendwie angeboten wird. Vielleicht nicht nur bei den Minty, sondern auch bei anderen Sachen, wo ihr das dann testen könnt. Also ja, große Aufregung auf jeden Fall, was die Minty-Codes angeht. Richtig verrückt. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, was ihr davon haltet. Seid ihr jemand, der hinter den Minty-Codes her ist oder nicht? Und ja, habt ihr vielleicht schon einen geholt? Habt ihr dafür Geld bezahlt? Womöglich auch. Das würde ich nämlich auch gerne mal wissen. Denn ich bin da gar nicht so scharf drauf. Natürlich würde ich das gerne haben. Das kommt aber auch wahrscheinlich in den Shop rein, gehe ich mal von aus. Deswegen macht euch da nicht so viele Gedanken. Vielleicht sogar kostenlos oder so. Wer weiß. Schauen wir mal. Jetzt kommen wir aber zu einer anderen interessanten Sache. Und zwar zu einem neuen Pack, was rauskommen wird. Und das zeige ich euch jetzt mal. So, China BR bringt uns hier die neuesten Neuigkeiten. Und zwar in den nächsten 24 Stunden kommt das Wavebreaker-Set rein. Das ist dieser interessante Skin hier. Ich dachte eigentlich erst, dass das ein Playstation-Exclusive-Skin werden wird. Weil er so ein bisschen diese Playstation-Farben an sich hat. Aber der wird mit 600 V-Bucks kommen. Wie ihr das bisher auch immer kanntet von den ganzen anderen Starter-Paketen. 4,99 Euro soll das Ganze kosten. Kommt mit einem Backbling. Kommt mit der Spitzhacke, die ihr da sehen könnt, die die gute Dame in der Hand hält. Und natürlich mit dem Skin an sich. Interessant auf jeden Fall. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, was ihr davon haltet. Also für mich ist es wahrscheinlich eh in Kauf. Denn 5 Euro, 600 V-Bucks ist eigentlich ein Deal. Und dazu bekommt man auch einen Skin, einen Backbling. Also von daher könnt ihr gerne mal reinschreiben. Seid ihr auch so jemand, der sich auch eigentlich immer alle Starter-Pakete gönnt? Weil es ja eigentlich nur eine Win-Win-Situation ist, wenn ihr sowieso irgendwie in irgendeiner Weise V-Bucks aufladen möchtet. Oder seid ihr da eher vorsichtig und sagt, nee, ich kaufe nur etwas, wenn es mir auch hundertprozentig gefällt. Ja, also das war es auch mit den News für heute. Wie gesagt, etwas kürzere News. Wenn es immer wieder was Neues gibt, dann werde ich auf jeden Fall meine News bringen. Es steht zwar Daily im Titel, aber nur wenn Daily tatsächlich auch was passiert. Das ist eine ganze Zeit lang mal so gewesen in Fortnite. Das ist jetzt aktuell nicht mehr so krass. Denn, was finde ich aber auch persönlich ganz gut, muss ich sagen, wir haben nicht mehr dieses, jeden Tag passiert irgendwie irgendeine Theorie, die irgendwas mit dem Cube zu tun hat oder irgend so einen Unsinn. Sondern die Season läuft eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Die ist halbwegs gut gebalanced und es gibt nicht so viel Story-Wirrwarr. Deswegen ist das eigentlich ganz cool. Mal schauen, was natürlich die nächsten Wochen bringen. Aber bisher auf jeden Fall ganz angenehm, muss ich sagen. Also schreibt gerne mal rein. Holt ihr euch Wavebreaker-Paket, würde ich gerne mal wissen. Und was sagt ihr zu der Minty-Sache? Denn es ist natürlich, ich sage mal, viel Geld im Umlauf und natürlich auch viel Scam damit. Deswegen passt auf jeden Fall auf euch auf im Internet und kauft am besten keine Codes von irgendwelchen Leuten, die ihr nicht kennt. Also bis hierhin, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like da, lasst gerne einen Sub da und unterstützt mich gerne mit dem Creator Code, wenn es snipes. Und dann hören wir uns morgens in einer neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao.